hinten bei mir ja zweites oben ja ich bin ich bin ich hätte ich nicht überleben dürfen also linke seite zweiter war ich kam raus oder im dritten oder ich habe dann hast du meine er hat mir nur unter durch den kopf gewinnen instabrett Hey das ist doch nicht legit was der Marius, ich hab nur noch zwei halbe Magazine Ja, der von draußen Marius, ich gucke mal, ob ich kurz ne Waffe snacken kann, ok? Ich hab ne Waffe In dem Raum Nee, ja, in dem Raum, in dem Raum drin Warte, das war jetzt Hast du grad ne Nade reingeschossen? Ja Minus Hast du? Ja, du kommst gelaufen Ich geh mal nen Rucksack drauf und holen Achtung Puhja, die Slickers durch, aber die gönn ich mir trotzdem Der, der steht hinten in der Ecke Wo in der Ecke Der ist tot? Ich bin tot Da stehen zwei Ich bin auch tot Ich hab meine Waffe auf Einzelscheuer Feuer Der ist draußen, direkt an der Wand dran Das sind zwei Shit Wir sind tot Wir gönnen Tumpi 995 Das ist Ich bin tot Ich hab mit mir Get shit on, mate. What? What? Chilli ist gestorben und ich, irgendwer noch und ich habe irgendwie drei Leute gemacht. Ich bin die ganze Zeit gestorben. Ich sitze im Busch auf der Straße und warte, ah, ich höre dich. Hallo. Hi. Vorsicht, ich habe jetzt böse Aua-Amo. Ah! Eine Smoke! Macht sie aus! Ausmachen! Austreten! Geht nicht aus. Putz. Ich, ich kann dir jetzt alles mit der Mosin. Bin ich schneller bei dir. Hast du den getappt? Glippt das! Wo ist der? Der liegt! Ich habe, ich habe Server-Connection lost. Das ist mein Spiel heute. Ja, du bist jetzt tot. Hast du mich erschossen? Was? Hat mich Werners erschossen? Did I getappt? I run. Nein. No way, du hast den nicht gemacht? Alter! klippt das oh mein gott so ein penner ich hatte natürlich wieder ein disconnect das war so klar das spiel kam nicht mal so hart am arsch ist ein mate gar nicht wissen abgesägt haben wir das noch nicht an das ein laien ich glaube da drüben ist noch sehr viel gier meinst du ich glaube ja nicht sonst hätten die nicht so viel kacke dabei warum fliege ich bei sowas raus kannst du das mal erzählen habe ich aber vorher prediktet wollte ich noch mal sagen hat die killer 6,3 und 50 aber aber die tollen zimmern von dem sägen wie mit keine ahnung sie ist einfach an und dann raus war und wirfst weg ist eigentlich eine platte kann ein die haben gerade erst einen player getrillt geil das ist aber auch die epiker du bist so ein sack ey ja so ich mache es so so passt es sehr extricte weiß nicht was er machen will jetzt haben wir schmutz oh mein gott hey down for a party ich auch was wär zu episch gewesen wenn du mich umgehächt ich so aus versehen gott im himmel ist das dass wir mal was testen auch mal so über die halbe das auf jeden fall oh kriegt es? ja er hat mich shit was hängt er aus? kleiner assi du kleiner assi ey wieviel hat er denn ausgehalten? Ich hab fast ein ganzes Meckner auf den drauf gesprayt Das ist wirklich... Einfach nur Assi Einfach nur Assi Ja Da war der Was? Die... Wissen wir haben ein Problem? Wir haben ein Problem Da sind wir hier Ich habe viele Beratungen Und damit man das so aufzuzummen Kann man das dann rein? Nein Das ist so wichtig Drei Fertig Fertig Ah S breastig So Das war's für heute. Die Jungs tun mir so leid, alter. Er hat das gut gespielt, alter. Hätte ich den GL nicht, wäre ich tot. Get fucked. Bei deinem Stuff schnapp ich mir aber. Okay, er wollte sterben.